ja servus liebe freunde das wird mein erster vlog sozusagen die reise geht nach graz ja ich nehme euch jetzt einfach mal mit und mal gucken ob es euch gefällt werde ein bisschen musik reinschneiden ja und jetzt nehme ich euch einfach mal auf die reise mit viel spaß euer padl jetzt seht ihr gleich mein auto ja also viel spaß ja und da ist es auch schon mein cooler junglai jetzt wollt ihr sehen klar so sieht aus der gute ja da sind wir auch schon im auto nicht vergessen ist mein erster vlog es ist eine testphase mal probieren wie es so geht und ich nehme euch jetzt mitten bis nach graz immer wieder werde ich da schnitte dann setzen und so weiter ich hoffe es kommt gut an tschö euer padl dann 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja und jetzt seht ihr Österreich wunderschön und die schönen Gebirge, der Schnee, ja bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt stehen wir dann vorm Casino und heute am Abend kommt dann Roland Düringer, super Kabarett wird es wahrscheinlich. Und ich melde mich danach, liebe Freunde. Tschöö. Ja, ich muss einfach so ein bisschen da Roland Düringer sagen, ob wir jetzt kassel. Ja, und ich verlinke euch das Ganze mit Düringer und ihr müsst es euch mal vielleicht anschauen. Ist einfach böse, ja. War einfach geil. Für euch. Tschüss. Ja, jetzt bin ich nun wieder zu Hause. Wie gesagt, mein erster Vlog, mein cooler Tag. Ja, ich hoffe euch hat es gefallen und falls nicht, gerne konstruktive Kritik. Okay, euer Badl. Gute Nacht.